Top! Der nächste Kunde, der entspannt in die Zukunft gucken kann. Ja, da kommt der aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Können die Strompreise machen, was sie wollen. Wir haben uns spezialisiert auf Photovoltaik und E-Mobilität. Was uns ausmacht, ist definitiv, dass wir alles aus einer Hand anbieten. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme und schlussendlich auch die Wartung. Gestern haben wir das Gerüst gestellt, das Dach angezeichnet, die Haken gesetzt, die Schienen gesetzt und ausgerichtet. Die Vorbereitung ist extrem wichtig. Das muss alles ganz genau geplant sein, damit die Anlage individuell auf den Kunden angepasst ist und der Kunde dadurch die bestmöglichen Erträge erzielt. Wir arbeiten ausschließlich mit hochwertigen Komponenten verschiedener Hersteller, um individuell für jeden Kunden die perfekte Anlage planen zu können. Jeder Einzelne von uns ist hochqualifiziert und wir bilden uns ständig weiter. Die Arbeitsstimmung ist bei uns super. Wir sind einer für den anderen da und gucken, dass wir die Baustellen immer zusammen fertigstellen. Wir treffen uns auch schon mal privat in der Firma. Wir trinken auch schon mal ein Bierchen zusammen, grillen zusammen. Also besser könnte es nicht sein. Das Schöne ist, die Firma ist wie eine Familie. Wieso wie eine Familie? Wir sind doch eine Familie. Das ist übrigens mein Bruder Pascal und meine rechte Hand. Ja, das stimmt. Wir teilen uns die Arbeit gut auf. Laurent ist eher für den konstruktiven Teil zuständig, während ich das Buchhalterische übernehme. Und in der Kundenberatung, dem Aufmaß sowie der Planung teilen wir uns die Arbeit. Und das Schöne ist, wir sind immer noch mit unserem Team beim Kunden vor Ort und errichten die PV-Anlagen. Hey ihr Solarbrüder, wie sieht es aus bei euch? Wir könnten eure Hilfe brauchen. Den Namen haben wir jetzt weg. Ja, dann los. Und wenn alles fertig ist, dann ist die Bedienung kinderleicht. Das Schöne ist, wir sind immer noch mit unserem Team beim Kunden vor Ort und errichten die Bedienung.